Du siehst, es ist in einem einwandfreien Zustand. Ja, das haben wir schon. Andere noch nicht, gell? Oh, bitte. Ah, danke, Baby. Du wirst es nicht bereuen. Du machst ein tolles Geschäft. Hey, warte mal kurz. Das ist nicht die Originalausgabe von die Rechter. Wie bitte? Was soll das heißen? Dass du versuchst, mich reinzulegen. Dein Comic ist nur eine Kopie. Ich bin einfach. Hm. Ich bin einfach.